Heimische Unternehmen zu unterstützen und die Kaufkraft in der Region zu halten, diese Ideen stecken hinter dem Vulfinia-Gutschein der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegersee. Der Vulfinia-Gutschein ist ein Wirtschaftsimpuls für unsere einheimischen Betriebe. Die Aktion schaut genau aus, dass jeder Bürger über 16 Jahre bis 300 Euro im Bürgerservicebüro diesen Gutschein kaufen kann. Und 25 Prozent, also wenn er 225 Euro hinlegt, kriegt er 300 Euro Gutscheine. Wir sind jetzt sehr froh, dass wir diesen Vulfinia-Gutschein in der Stadtgemeinde Hermagor diese Aktion inszenieren haben können, damit die regionale Wirtschaft gestärkt wird. Nachdem in den letzten Wochen und Monaten viele heimische Betriebe und Direktvermarkter auch wichtig und verlässlicher Partner für die Gemeinde waren, um auch so gut durch diese Situation zu kommen, aber trotzdem wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, war es uns als Stadtgemeinde wichtig, dass wir jetzt diese Betriebe und Direktvermarkter unterstützen. Wir haben deshalb diese Aktion des Vulfinia-Gutscheins ins Leben gerufen, wo wir 50.000 Euro als Stadtgemeinde Hermagor freisetzen und somit 200.000 Euro in die heimische Wirtschaft pumpen. Ganz wichtig und oberstes Ziel ist natürlich, alle heimischen Betriebe zu stärken, ob es jetzt der Tourismusbetrieb ist, die Gastronomie, Handel, aber auch die Direktvermarkter, die sozusagen da auch mit im Boot sind. Für uns war es sehr wichtig, dass alle Betriebe von Götzscher Föhrerlach bis Ratten der Fähne bei dieser Aktion dabei sein können. Einlösbar ist der Gutschein bei allen Betrieben, bei denen dieser Aufkleber an der Türe zu finden ist. Die Gewerbe- und Handelsbetriebe sehen den Vulfinia-Gutschein als wichtigen Umsatzbringer. Ganz viele von unserer Betriebe waren langgeschlossen, haben teilweise null Einnahmen gehabt, Kosten sind weitergelaufen und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass einmal wieder Geld in die Kassen reinkommt. Und ich finde die Gutscheinaktion der Stadtgemeinde mit dem Vulfinia-Gutschein wirklich eine geniale Sache. Es bringt für jeden etwas und es bringt die Wirtschaft in unserer Region wieder einmal schnell in Schwung. Auch die Gutscheine selber konnten regional produziert werden. Dass man die regionale Wirtschaft unterstützt, das ist ja die Grundvoraussetzung für diesen Gutschein. Und dass eine Firma bei uns das Know-how mitbringt, diesen Gutschein zu produzieren und dementsprechend auch die Fälschungssicherheit mit eingebaut hat, das ist sehr erfreulich und zu begrüßen. Tourismus, Gastronomie und die Direktvermarkter begrüßen diese Aktion. Grundsätzlich ist die Einführung des Vulfinia-Gutscheines eine sehr, sehr wichtige und sehr gute. Vor allem wird es ein bisschen auf die Regionalität aufmerksam machen, auf die Produzenten vor Ort. Und somit wird einfach der regionale Einkauf und beim Nachbar die Produkte holen oder beim heimischen Wirt zu konsumieren, einfach wieder interessant und wenn wir zusammenhalten, dann hilft uns das allen. Das ist eine tolle Aktion, erstens einmal wird aufmerksam gemacht auf die heimischen Betriebe rundherum in der Gemeinde, eine Chance für uns als Betrieb und wir haben einfach eine Freude weiterzutun und weiterzuproduzieren. Der Vulfinia-Gutschein ist ab sofort erhältlich und nur solange der Vorrat reicht. Alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren können Gutscheine bis zu einem Maximalbetrag von 300 Euro im Bürgerbüro erwerben. 25% davon werden von der Stadtgemeinde Hermagor-Pressekersee übernommen. 50.000 Euro wurden dafür aufgestellt, 200.000 Euro fließen so in die Hermagorer Wirtschaft. Die Gutscheine sind gestückelt zu je 20 Euro, das heißt der Kunde zahlt pro Gutschein nur 15 Euro, die restlichen 5 Euro übernimmt die Stadtgemeinde Hermagor-Pressekersee. Unser Vulfinia-Gutschein soll ein Wirtschaftsimpuls für unsere einheimischen Hermagorer-Betriebe sein. Mit dem Vulfinia-Gutschein unterstützen wir die regionale Wirtschaft. Mit dem Vulfinia-Gutschein setzen wir 200.000 Euro für die heimische Wirtschaft frei. Mit dem Vulfinia-Gutschein setzen wir 200.000 Euro für die Heimische Wirtschaft.